Bisher hatten wir all diese Intervalle dran. Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sechste, heute ist sie dran, die Septime. Und so hört sie sich an. Probieren wir es einmal aus. Erst einmal aufwärts, die große Septime, G zu Fis. Na, na, versucht es auch zu singen. Na, 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 na. Und die kleine aufwärts, G zu F. Na, 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 na. Und jetzt auch abwärts, die große Septime abwärts, Fis zu G. Na, 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 na. Und die kleine. Na, 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 na. Dann schauen wir uns einmal an, welche Hilfslieder es hier gibt. Bei der Septime wird es abwärts ziemlich knapp, da gibt es eigentlich nichts, aber aufwärts haben wir da etwas. Für die große Septime zum Beispiel, es ist kein Hilfslied, aber sie lässt sich sehr gut zur Oktave vervollständigen, denn die große Septime klingt sehr scharf, sehr dissonant und möchte sich eigentlich auflösen in der konsonanten Oktave. G zu G dann. G Fis, die große Septime, sehr scharf, aber dann G zu Fis. Da löst sie sich auf. Das haben wir auch in unserer Tonleiter, dort sind die Strebewirkungen auch hörbar. G, A, H, jetzt kommt C, D, E und hier zum Schluss Fis und das Ganze auf der Spannung möchte sich auflösen im G. Da wäre dann die Oktave. Also die große Septime lässt sich gut immer im Vergleich zur Oktave ermitteln. Hört ihr die Spannung? Das Ganze möchte sich auflösen in der Oktave. Für die kleine Septime gibt es Merklieder und zwar zum Beispiel von ABBA The Winner Takes It All. Für die Septime abwärts gibt es keine Hilfslieder, die mir bekannt sind. In diesem Fall muss man sie dann aufwärts singen und dann wieder mit den Hilfsliedern ermitteln. Bevor wir zu den Aufgaben kommen, gehen wir noch mal ein paar Septimen durch, um noch besser mit ihr vertraut zu sein. Zuerst aufwärts die große Septime A zu Gis. Spielt sie ein paar Mal und singt sie auch. Und versucht ihre Dissonanz zu hören, sie möchte sich auflösen in der Oktave. Na, 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 na. Und probieren wir auch die kleine Septime A zu G. Na, 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 na. Und hier haben wir dann unser Merklied The Winner Takes It All. Als nächstes die große Septime aufwärts D zu Gis. Und hier auch wieder die Spannung, die sich auflösen möchte zur Oktave. Nehmen wir auch die kleine D zu C. Und auch hier wieder unser Merklied. Nehmen wir jetzt mal eine Septime abwärts, die große D zu E. Dann nehmen wir die kleine dran. D zu E. Und diese müssen wir dann umkehren, um sie zu ermitteln. Und da hören wir wieder unser Hilfslied. Als nächstes die große Septime abwärts. Gis zu A. Und hier kehren wir das Ganze wieder um. Und hören, wie sie zur Oktave streben möchte. Machen wir das auch mit der kleinen Septime. G zu A. Und wir kehren sie um. Und da haben wir es wieder. Unser Merklied. Und das nächste Intervall. Cis zu D. Die große Septime abwärts. Dann wieder aufwärts hören. Na, 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 na. Und die Auflösung. Na, 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 na. Dann nehmen wir auch die kleine C zu D. Na, na, na. Wenn ihr das Intervall abwärts sicher gesungen habt, dann versucht es aufwärts. Na, 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 na. Und dann kommt euch das Merklied ins Ohr. Und so könnt ihr die Septime ermitteln. Dann als nächstes Gis zu A. Na, 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 na. Na, 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 na. Und das Ganze löst sich wieder in der Oktave auf. Na, 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 na. Gut, dann kommen wir zu einigen Aufgaben. Hier kommt Aufgabe Nummer 1. Ohrenspitzen. Na, 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 na. Und Aufgabe Nummer 2. Und Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Und habt ihr die Aufgaben gelöst, hört euch die Beispiele so oft an, wie ihr es braucht, um auf die Lösung zu kommen. Das mag nicht immer sofort passieren. Hier kommt jetzt die Auflösung. Zuerst hatten wir die große Septime aufwärts, A zu Gis. Dann Nummer 2. Die kleine Septime aufwärts, D zu C. Und Nummer 3. Abwärts die große Septime, Dis zu E. Nummer 4. Die kleine Septime aufwärts, E zu D. Und zum Schluss Nummer 5. Abwärts die große Septime, G zu A. Und zum Schluss Nummer 4. Untertitelung des ZDF, 2020